Oh mein Gott! Ich rauche! Ich rauche als... Oh mein Gott! Guck dir das so an! Ich bin Baby, was einfach raucht! Es ist wieder Zeit für die Babyzeit! Mit unserem Vater. Hallo, ich bin's, der böse Dad. Ich hab so einen Propeller auf den Kopf gemacht. Was ist los, Daddy? Du siehst richtig gut aus, Mann. Na, was macht der Mixer da auf dem Boden? Hä? Was macht der denn? Wuuuh, ein Mixer auf dem Boden. Hä, aber warum ist dein Babykörbchen jetzt im Badezimmer? In der Küche meine ich nicht mehr im... Weiß ich nicht, wir haben ein neues Update wieder im Spiel bekommen, Leute! Es gibt wieder viele neue Möglichkeiten, uns umzubringen! Los! Los! Ich heiß Papa, nenn mich Daddy. Ich will einen Saft. Ich will einen Saft haben, bitte. Ich hab grad keine Zeit, ich muss mich hier um alles kümmern, damit du hier nichts fressen kannst. Also, ich hab mich... Lars! Ich... Alter, Lars! Ich bin grad... Was?! ...im Mixer drin! Guck mal, ich helf dir kurz. Oh, jetzt bin ich im Schrank! Ich helf dir! Oh! Äh, kann man den... Oh! Hey! Ich will... Oh, der Mixer! Oh, wo ist denn der? Mixer, 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 Mixer! Oh Gott! Ich hab, glaub ich, das Glas vom Mixer grad gegessen. Ja, du hast das... Ne, da hängt das grade. Hier, Grab! Grab! Dann kann ich das hier, guck mal, glaub ich, wieder dran machen. Ne, Grab! Nein! Ich hab's jetzt kaputt gemacht! Essen! Ja, Scherben essen! Scherben essen! Hör auf! Oh Mann, ich wär voll gerne in den Mixer reingestiegen! Hör auf! Nicht, dass ich so irgendwie... Wer... Ah, was machst du denn? Die ganze Küche! Die ganze Küche! Ich bin am saugen, Kind! Saugen? Oh! Saugen! Oh mein Gott, Junge! Was mach ich hier? Der Mixer fliegt mir jetzt hinterher einfach! Kann ich den anschließen? Wo ist denn hier nochmal ein Stromanschluss eigentlich gewesen? Hier ist einfach ein Vape! Ah, da! Hier, Grab! Guck, guck mal! Guck mal! Oh ja! Tatsächlich! Wo bist du? Move? Da, hier! Auf dem Boden! Ich hab ihn hingeworfen! Ich hab den angemacht! Oh! Den Apfel! Ach! Ist das ein Vape zum Rauchen? Ja! Oh mein Gott! Ich rauche! Ich rauche als... Oh mein Gott! Guck dir das so an! Ich bin ein Baby, was einfach raucht! Oh mein Gott! Du bist so ein schlechter Vater! Du lässt mich... Ich hab deinen Vape gegessen! Ha! 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 Ich hör immer noch den Sound von dem Vape! Oh mein Gott! Du bist voll schlecht, Lars! Guck mich an! Ich bin so... Du bist ein schlechter Vater! Wo ist der Vacuum? Wo ist der Vacuum da? Wo Medizin? Alter! Lars! Ich sterbe einfach wegen dem Vape! Ich hätte niemals rauchen sollen! Ich habe es getan! Oh! Ich rette dich, Kind! Aua! Ich bin hingefallen! Aua! Wow! Wow! Was passiert hier? Der Ball verprügelt dich einfach! Gib mir eine Banane! Ich bin tot! Alter! Du hast mich einfach gerade in der letzten Sekunde gerettet! Ich war gerade dabei zu sterben, Lars! Du bist ein toller Vater! Ich wusste das! Junge, Junge! Wow! Komm her! Ich geb dir hier den Apfel! Oder die Tomate oder was es ist! Friss das! Jetzt bin ich sogar wieder richtig gesund! Ha! Klasse! Warte, warte, warte! Friss das! Was hab ich denn da jetzt gerade gegessen? War das ein Brett? Eine Schale! Hör auf mir die ganze Zeit Sachen einzuflößen! Ich hab gar keinen Hunger! Anmachen! Ja doch! Das Wasser läuft doch! Ich glaub ich hab das Wasser aufgemacht! Wie soll das denn hier funktionieren? Guck mal hier gibt's was zu machen! Wie kann ich nochmal krabbeln? Oh, oh Lars! Hä? Wasserstraße! Was ist denn jetzt los? Oh nein! Was passiert hier? Hä, wo führt das hin? Ich weiß es nicht! Hä? Oh, oh! In den Raum hier! In den Keller! Ah! Oh! Ich glaub du flutest das Ding! Oh! Oh mein Gott! Du flutest alles! Oh, oh! Ich kann schwimmen! Ich muss das Wasser ausmachen! Ich kann einfach schwimmen, Mann! Mach das Wasser aus! Oh mein Gott! Ich bin ins zweite Stockwerk einfach jetzt schon geschwommen! Ich bin ein schwimmendes Baby! Oh, oh! Okay, ich hab das Wasser ausgedreht! Oh! Oh! Alter! Das ist auch neu, ne? Das ist glaub ich neu, ja! Was? Oh, jetzt reicht's mir! Oh! Jetzt reicht's mir! Das vape-rauchende Baby, wo ist es? Okay, guck! Versuch mich mal zu erwischen! Guck mal, wo ich bin! Guck mal! Ich tanze hier auf dem Geländer herum! Lalalalalala! Guck mal! Ich bin ein Dings! Ich bin ein Zirkus-Doktor! Lalalalala! Oh! Ich bin ein Arbs-Baby! Au! 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 Du hast einen Schnuller gegessen! W Salem yum 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 yum! Nehm ich jetzt hoch! Nicht Winken! Hör auf zu Winken! Juhu! Земles! Hör auf zu Winken! Lass sie mich in Ruhe! Hör auf zu Winken! Oh! Was ist das hier! Das kann man hier ja auch machen! Open! Open! Mach das so auf! Ich will da rein Was da drinnen? Oh da ist echt ein Schnulli, kann ich den haben? anywhere- Yeah! Eat! Kann ich den Schnuller essen? Und ich hab den Schnuller gegessen! Oh nein! Da ist er gegessen, weißt du was gesund für dich ist als Baby? Komm mal her. Das wäre gesund. Bleib stehen. Bitteschön. Eine Batterie. Mir ist so schlecht. Junge, die Küche. Wie sieht die Küche aus, Mann? Alter, das ist einfach ein Benzinkanister. Ich muss jetzt kurz meiner Arbeit nachgehen. Warte mal, lass mal, Dings. Pass auf, ich mach hier was ganz Chillinges. Lass mal das Dings, das Wohnzimmer in Feuer stecken. Und danach das Wohnzimmer direkt wieder löschen. Ist doch eine gute Idee, oder? Willst du das mit, wollen wir das mal probieren? Ja, mal gucken. Oder vielleicht brennt ja dann das ganze Zeug unter Wasser. Du musst mir die Kerze da runter holen. Lass, kannst du mir vielleicht wieder ein bisschen, hol mir mal ein bisschen Obst. Das geht mir schlecht. Papa, Papa, zipp nicht die. Ah, ich zippe, ah! Nein, nein! Der dümmste Vater der Welt. Ich bin grün und rot. Jetzt bin ich tot. Nein! Ich hab gewonnen! Willst du mal Kind sein und ich bin Vater? Oh nein. Okay, komm. Oder warte, ich wollte eigentlich noch sehen, wie es ist, als Kind in den Mixer gesteckt zu werden. Geh du wie dein Vater rüber. Wir probieren jetzt den Mixer aus. Das klingt ein bisschen brutal, aber du bist der schlechteste Vater der Welt. Das ist auch brutal. Okay, wir probieren mal aus. Ah, ich bin jetzt übrigens wieder im Wohnzimmer. So. Oh, oh. Papa, du bist ja ganz grün. Komm mit. Wir gehen mal ein bisschen spielen. Okay, wir gehen spielen. Papa, was spielen wir? Was spielen wir? Wir spielen. Wie lange kann er überleben? Mixer Edition. Komm hier rüber. Aber versaut, mach den Mixer nicht kaputt. Aua! Nein, nein! Mach den Mixer nicht kaputt! Stell ihn ganz vorsichtig hin. Duck dich! Duck dich! Nicht werfen! Okay. Warte, warte, warte. Ich nehm den Stecker. Grab. So. Dann da rein. Ja, es funktioniert! Okay, ich geh rein. Get in Blender. Nein! Nein, nein! Oh, Baby-Smoothie. Lars, ich bin ein Saft geworden! Und ich hab gewusst! Alter, das ist so krank. Das ist so krank. Vor allem Baby-Smoothie. Das war nochmal, dass wir das mit der Spülmaschine ausprobieren. Okay, let's go. Warum ist dieses Spiel so dumm? Ich war einfach gerade ein Baby-Smoothie. Baby-Brei. Baby-Brei. Warte mal, also wie machen wir das jetzt? Erstmal die Spülmaschine ausprobieren. Komm mit. Komm's rein, junger Mann. Aber funktioniert die überhaupt, wenn man die überhaupt anmacht? Ja, bei mir geht die. Okay, mach die mal an. Mach mal rein mit dir. Okay, ich geh mal rein. Aber du darfst nicht vergessen, da diesen Klarspüler und sowas reinzumachen. Sonst wäre ich doch gar nicht sauber. Achso, warte. Ready, steady, let's go. Ja, ich werd gewaschen, Mann. Es funktioniert echt. Oh mein Gott, mir geht's irgendwie nicht so gut. Mir geht's irgendwie nicht so gut. Meine Lungen füllen sich mit Wasser. Ein frisch gewaschenes Baby. Boah, das ist krass. Kann man da nicht... Ey, pass auf, ich nimm mal hier diese Seife mit. Grab. Mach mal nochmal an, wenn ich Seife mit drin hab. Mal gucken, vielleicht wird's sauber. Okay, ich hab's ja geprüft, Papa. Du machst das ja schon alles echt gut. Ha, jetzt wäschte mich einfach wieder nur. Herh, auf mich zu waschen, Mann. Okay. Oh! 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 Wow! Das war gerade wie eine Wiedergeburt, Mann. Warte mal. Lass mal jetzt nochmal ein kurzes Ding. Ich kann gerade nicht, ich muss arbeiten. Sehr, sehr, sehr viel zu tun. Dann lass mal kurz... Oh, warte mal. Wir müssen erstmal die... Zünd mal die Wohnung an. Zünd mal die Wohnung an. Warum sollte ich meine eigene Wohnung anzünden? Na, weil ich das Boss-Baby bin. Und du machst das, was ich dir sage. Verstanden, Alter, Mann? So. Oh, oh. Oh Gott, der Fernseher ist auf mich draufgefallen. Alter! Wow! Habe ich den Fernseher gerade hochgeschlagen. Findest du irgendwo... Hey! Da, ich hab's... Mir ist irgendwie schlecht, Mann. Ich hab das... Baby! Ich glaube, ich brauche eine Frucht. Ich muss hier die Uhr gerade... Also diese Uhr gerade irgendwie umschmeißen. Schon. Ja! Okay, ich hab das Benzin. So. Grab. Oh nein! Okay. Hol die Kerze, hol die Kerze. Komm, du hilfst mir einfach, das Ding hier alles zu zerbrennen, gell? So. Und dann gucken wir, ob wir schnell wieder das Feuer löschen können, wenn hier alles brennt. Ich würd gern mal ein bisschen Vape rauchen. Willst du ein bisschen rauchen? So wie ich vorhin, Alter. Dass man einfach rauchen kann, das ist so schlimm. Oh Gott. Alter! Alter! Was für eine Rauchwolke, Jörg. Guck dir das an. Du bist ganz grün vom ganzen Rauchen. Mit diesem Hut. Alter, du bist halt einfach. Wo ist denn die Kerze? Da hast du das Wohnzimmer anzünden. Wo ist es? Ah, da! Ich weiß, wo die Kerze ist. Wui! Oh, oh. Alter, ich bin da gerade einfach gegen den Stuhl geflogen. Der Stuhl ist einfach kaputt gegangen. Hey, ja! So. Da ist die Kerze. Lass chill, 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 chill. Du bist nur das Baby. Ich bin noch das Kuh-Baby. Nein, ich muss das Wasser anmachen. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Mach das Wasser an. Throw! Sag, wenn's brennt. Oh, es brennt, es brennt! Okay, ich hab Wasser an. Okay, 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 okay. Und jetzt löschen wir wieder alles, oder? Oh, du bist hot. Du bist richtig hot, Lars. Keine Ahnung, ob's geht. Stirbst du eigentlich? Nee. Ich guck gerade, warte. Warte, es wird hier überflutet. Mal gucken, ob's funktioniert. Wir löschen! Ja! Oha, es hat funktioniert. Oh, der Fernseh ist auch in die Luft geflogen gerade. Wow! Guck mal! Einfach ein Kurzschluss. Alter, das ist cool. Oh, oh. Ich glaub, ich ertrinke, Mann. Ich hab, glaub ich, keine Luft mehr. Ich tauch da jetzt runter. Ich mach jetzt Dings. Wow! Guck mal, da ist ein Fenster. Hey, wir können aus dem Fenster hier rausschauen. Oh, warte, ich brauch kurz Luft. Nein! Nein! Ich bin lila geworden. Ich bin auch ertrunken. Ein lilanes Baby. Okay, Leute, falls ihr eine weitere Folge sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall bei Lars vorbei. Gebt einen Daumen nach oben. Schaut im Shop vorbei für coole Merchandise. Dort gibt's Autogrammkarten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao! Ciao!